Das ändert sich 2021. Grundrente, Soliabbau, teures Benzin. Ältere Menschen mit kleiner Rente bekommen einen Zuschlag. Die meisten Bürger müssen keinen Soli mehr zahlen. Mit Maßnahmen zum Klimaschutz könnten Sprit- und Kfz-Steuer teurer werden. Copyright Warenzeichen Christoph Söder, Deutsche Presseagentur Grundrente, rund 1,3 Millionen Bürger mit kleiner Rente bekommen einen Aufschlag. Diese und weitere Änderungen hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht. Die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel im Überblick. Road Error Grundrente, rund 1,3 Millionen Menschen mit kleiner Rente bekommen einen Aufschlag. Es profitieren diejenigen, die mindestens 33 Jahre Rentenbeiträge aus Beschäftigung, Kindererziehung und Pflegetätigkeit aufweisen können. Ihre Lebensleistung soll anerkannt, der Gang zum Sozialamt erspart werden. Im Schnitt gibt es einen Zuschlag von 75 Euro. Die Grundrente startete zwar offiziell zum 1. Januar, die Auszahlung wird sich aber wegen des hohen Verwaltungsaufwands voraussichtlich um mehrere Monate verzögern und dann rückwirkend erfolgen. Homeoffice-Pauschale Wer in der Corona-Krise von zu Hause aus arbeitet, bekommt einen Steuerbonus. Pro Homeoffice-Tag kann man 5 Euro geltend machen, maximal aber 600 Euro im Jahr. Die Pauschale zählt zu den Werbungskosten. Daher profitieren nur diejenigen Steuerzahler davon, die über die ohnehin geltende Werbungskostenpauschale von 1.000 Euro kommen. Co. 2 Preis Um fossile Energien zu verteuern und klimaschonende Alternativen voranzubringen, gibt es nun einen nationalen Co. 2, Preis für Verkehr und Heizen. Pro Tonne Co. 2, die beim Verbrennen von Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, müssen verkaufende Unternehmen wie Raffinerien zunächst 25 Euro zahlen. Der Preis wird an die Kunden weitergegeben. Nach Angaben der Bundesregierung steigt der Literpreis bei Benzin um 7 Cent, bei Diesel und Heizöl um 7,9 Cent, Erdgas wird um 0,6 Cent pro Kilowattstunde teurer. Dafür sollen Bürger anderswo entlastet werden, so wird etwa die Ökostromumlage, die Bürger mit dem Strompreis zahlen, aus Steuermitteln gesenkt. Co. 2, Komponente beim Wohngeld. Damit Menschen mit geringen Einkommen durch die Co. 2, Bepreisung nicht belastet werden, gibt es nun die sogenannte Co. 2, Komponente beim Wohngeld. Die zu erwartenden Mehrkosten beim Heizen sollen durch einen Zuschlag ausgeglichen werden. Dessen Höhe richtet sich nach der Haushaltsgröße und dem Einkommen des Haushaltes. Soli-Abbau. Für fast alle Bürger fällt der Solidaritätszuschlag weg. Weiter zahlen müssen ihn die 10% mit den höchsten Einkommen. Verbot von Upskirting. Das heimliche Filmen oder Fotografieren unter den Rock Upskirt-ENG oder in den Ausschnitt kann nun mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Gleiches gilt für die Weiterverbreitung solcher Aufnahmen. Mehrwertsteuer. Seit dem Jahreswechsel gilt wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19% auf die meisten Güter und 7% auf Waren des täglichen Bedarfs. Die Bundesregierung hatte die Steuer wegen der Corona-Pandemie für ein halbes Jahr gesenkt, damit die Menschen trotz der unsicheren Zeit weiter Geld ausgeben und die Konjunktur stützen. Grundsicherung. Die Hartz-IV-Regelsätze sind leicht gestiegen. Ein alleinstehender Erwachsener bekommt jetzt 446 Euro im Monat, 14 Euro mehr als zuvor. Der Satz für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren ist um 45 Euro auf 373 Euro gestiegen, der für Kinder bis 5 Jahre um 33 auf dann 283 Euro. Für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ist mit monatlich 309 Euro ein Plus von einem Euro vorgesehen. Mindestlohn. Der gesetzliche Mindestlohn ist leicht von 9,35 Euro pro Stunde auf 9,50 Euro. Kindergeld und Kinderzuschlag. Mit dem Jahreswechsel ist auch der staatliche Zuschuss für das erste und zweite Kind gestiegen, von 204 auf 219 Euro pro Monat. Für das dritte Kind gibt es nun 225 statt den bisherigen 210 Euro, ab dem vierten Kind 250 statt den bisherigen 235 Euro. Der steuerliche Kinderfreibetrag wurde um mehr als 500 Euro auf 83,88 Euro angehoben. Einen Anstieg gibt es auch beim Kinderzuschlag, eine Leistung zusätzlich zum Kindergeld für Familien mit geringem Einkommen. Der Maximalbetrag beim Kinderzuschlag wurde von 185 auf 205 Euro im Monat erhöht. Kfz-Steuer. Für neue Autos mit hohem Spritverbrauch wurde die Kfz-Steuer angehoben. Das soll Bürger dazu bringen, sparsamere Wagen zu kaufen. Bereits zugelassene Autos sind allerdings nicht betroffen. Einer Studie zufolge wird es pro Jahr im Schnitt um 15,80 Euro teurer, bei vielen Autos ändert sich aber überhaupt nichts. Ein-Weg-Plastik-Verbot. Ab 3. Juli 2021 ist es in der ganzen EU eine Ordnungswidrigkeit, bestimmte Artikel aus Einweg-Plastik zu verkaufen, nämlich Besteck und Teller, Trinkhalme, Wattestäbchen, Luftballonhalter, Rührstäbchen etwa für den Kaffee sowie Styroporbecher und Behälter für Essen zum mitnehmen. Einkommensteuer. Für alle Steuerzahler ist der Grundfreibetrag, auf den man keine Steuern zahlen muss, gestiegen. 2021 liegt er bei 97,44 Euro statt bisher 9,408 Euro. Die Grenze, ab der der 42-prozentige Spitzenstörsatz fällig wird, stieg leicht auf ein Jahreseinkommen von 57919 Euro. Außerdem dürfen Alleinerziehende höhere Unterhaltsleistungen bei den Steuern abziehen. Steuererleichterung für Menschen mit Behinderungen. Menschen mit Behinderungen können bei der Steuererklärung seit dem neuen Jahr höhere Pauschbeträge geltend machen. Durch diese Pauschalen kann man es sich in vielen Fällen sparen, etwa Fahrtkosten aufwendig einzeln nachzuweisen. Konkret gilt etwa bei einem Grad der Behinderung von 50 nun eine Pauschale von 11,40 Euro, bei einem Grad von 100 sind es 2.840 Euro. Elektronische Patientenakte. Ab sofort sollen allen Versicherten elektronische Patientenakten zur freiwilligen Nutzung angeboten werden. Sie sollen beispielsweise Befunde, Röntgenbilder und Medikamentenpläne speichern können. Beim Datenschutz ist zum Start eine etwas abgespeckte Version vorgesehen. Patienten können festlegen, welche Daten hineinkommen und welcher Arzt sie sehen darf. Genauere Zugriffe je nach Arzt nur für einzelne Dokumente kommen aber erst 2022. Maklerkosten. Wer eine Immobilie kauft, muss nur noch maximal die Hälfte der Maklerkosten übernehmen. Bisher übernimmt meist der Käufer komplett die Maklerprovision von bis zu 7% des Kaufpreises. Personalausweis. Für einen neuen Personalausweis werden ab sofort statt 28,80 Euro nun 37 Euro fällig, zumindest für Bürger, die mindestens 24 Jahre alt sind. Sie brauchen nämlich erst nach zehn Jahren einen neuen Personalausweis. Für jüngere Antragsteller, deren Ausweis nur sechs Jahre lang gültig ist, werden 22,80 Euro fällig. Lebensversicherung. Verbraucher sollen Lebensversicherungen nun besser vergleichen können. Versicherungsunternehmen müssen seit dem Jahreswechsel die sogenannten Effektivkosten nach einheitlichen Kriterien angeben. Damit können Kunden leichter erfassen, wie sich die Kosten eines Vertrags auf die Auszahlung der Lebensversicherung auswirken. Beitragsbemessungsgrenzen. In der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung werden im Westen bis zu einem monatlichen Einkommen von 7100 Euro, bisher 6900 Euro. Beiträge fällig. In Ostdeutschland bis 6700 Euro, bisher 6450 Euro. Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung stieg auf bundeseinheitlich 4837,50 Euro monatlich. Bisher lag sie bei 46,87 Euro. 50 Euro. Fleischindustrie. Werkverträge für die vor allem osteuropäischen Arbeitnehmer in Schlachthöfen sind nun verboten. Auch Leiharbeit soll es beim Schlachten und Zerlegen nicht mehr geben. Ultraschall. Medizinisch nicht notwendiges Babykino oder Babyfernsehen, also Ultraschall bei Ungeborenen im Mutterleib, ist nun verboten. Babys sollen so vor unnötigen Einflüssen geschützt werden. Neue Energie-Label für Elektrogeräte. Ab dem 1. März 2021 gelten für einige Elektrogeräte neue EU-Energie-Effizienz-Label. Klassifizierungen wie A++ oder A++++ werden bei Geschirrspülern, Waschmaschinen, Kühl- und Gefriergeräten, Fernsehern und Monitoren wieder durch besser unterscheidbare Klassifizierungen von A bis G ersetzt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Geräte. Krankenkassenwechsel. Mit dem Jahreswechsel ist der Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung einfacher geworden. Beim Wechsel muss der Versicherte nur noch eine neue Krankenkasse auswählen und den Beitritt erklären. Eine schriftliche Kündigung der bisherigen Versicherung ist nur noch nötig, wenn der Versicherte das System der gesetzlichen Krankenkasse verlässt, also etwa zu einer privaten Krankenversicherung wechselt oder ins Ausland umzieht. Kreditkartenzahlungen. Kreditkartenzahlungen im Internet werden sicherer, aber auch etwas komplizierter. Künftig reicht es beim Bezahlen in Onlineshops mit Visa, Mastercard und Co. nicht mehr aus, neben der Kreditkartennummer die Prüfziffer von der Rückseite der Karte einzugeben. Ab dem 15. Januar 2021 müssen Zahlungen ab 250 Euro mit zwei voneinander unabhängigen Faktoren freigegeben werden. Ab 15. Februar greift die Zwei-Faktor-Authentifizierung dann ab 150 Euro. In vollem Umfang sollen die Regeln ab Mitte März 2021 angewendet werden. Ab 19. tiger aus, neben denen die ganhe Zwei-Faktoren sind vorne calm. In Wine sollen die zukommen Desrukturen werden auf 15. Mai Most citizens no longer have to pay solely. Climate protection measures could make fuel and car tax more expensive. Copyright Christoph Soder slash DPA Basic Pension Around 1.3 million citizens with small pensions receive a premium. These and other changes have been initiated by the federal government. The most important changes at the turn of the year at a glance. Load Error Grundrant, around 1.3 million people with small pensions receive a premium. It benefits those who can have pension contributions from employment, child rearing and care for at least 33 years. Their lifetime achievement should be recognized, the passage to the social welfare office should be spared. On average, there is a supplement of 75 euros. Although the basic pension officially started on January 1, the payment is expected to be delayed by several months due to the high administrative burden, and then retroactively. Home Office Boss Jail Those who work from home during the corona crisis will receive a tax bonus. You can claim 5 euros per home office day, but a maximum of 600 euros per year. The flat rate is one of the advertising costs. Therefore, only those taxpayers who come across the advertising cost lump sum of 1,000 euros, which already applies, will benefit. CO2 In order to make fossil fuels more expensive and to promote climate-friendly alternatives, there is now a national carbon price for transport and heating. For every tonne of CO2 produced by burning diesel and gasoline, heating oil and natural gas, selling companies such as refineries must first pay 25 euros. The price is passed on to customers. According to the federal government, the price of petrol increases by 7 cents, diesel and heating oil by 7.9 cents, and natural gas becomes 0.6 cents per kilowatt hour more expensive. For this purpose, citizens are to be relieved of the burden elsewhere. For example, the green electricity levy that citizens pay with the electricity price is reduced from tax revenue. CO2 Component at Wohngeld So that people with low incomes are not burdened by the CO2 pricing, there is now the so-called CO2 component in housing benefit. The expected additional costs for heating are to be compensated by a surcharge. The amount depends on the size of the household and the income of the household. So, the ABBAU, for almost all citizens, the solidarity surcharge is no longer applicable. The 10% with the highest incomes must continue to pay him. Upskirting Secretly filming or photographing under the skirt, upskirting, or in the neckline can now be punished with up to two years in prison. The same applies to the redistribution of such recordings. Value tax Since the turn of the year, the regular VAT rate of 19% applies again to most goods and 7% to everyday goods. The federal government had cut the tax for six months because of the corona pandemic, so that people would continue to spend money and support the economy despite the uncertain time. Background The rate for young people between the ages of 14 and 17 has risen by 45 euros to 373 euros, and for children up to five years of age by 33 euros to 283 euros. For children between the ages of 6 and 13, an increase of 1 euro is foreseen at 309 euros per month. Mindestlon, the statutory minimum wage has risen slightly from 9 euros and 35 cents per hour to 9 euros and 50 cents per hour. Children's money and children's contract With the turn of the year, the state subsidy for the first and second children has also increased, from 204 to 219 euros per month. For the third child there is now 225 instead of the previous 210 euros, from the fourth child 250 instead of the previous 235 euros. The child tax allowance has been increased by more than 500 euros to 8,388 euros. There is also an increase in the child supplement, a benefit in addition to child benefit for low-income families. The maximum amount for the child supplement has been increased from 185 euros to 205 euros per month. Car tax The car tax has been increased for new cars with high fuel consumption. This is intended to encourage citizens to buy more economical cars. However, cars that have already been registered are not affected. According to one study, it will be 15.80 euros more expensive on average per year, but for many cars nothing changes at all. Einweg Plastic Verbit From July 3, 2021, it will be an administrative offence throughout the EU to sell certain items made of disposable plastic namely cutlery and plates, drinking straws, cotton swabs, balloon holders, stirring sticks for coffee, for example, as well as styrofoam cups and containers for takeaway food. In the income tax, for all taxpayers, the basic allowance, on which you do not have to pay taxes, has increased. In 2021, it will be 9,744 euros instead of 9,408 euros. The limit at which the 42% top tax rate is due rose slightly to an annual income of 57,919 euros. In addition, single parents are allowed to deduct higher maintenance benefits from taxes. Tax for people with disabilities Tax for people with disabilities People with disabilities have been able to claim higher lump sums on their tax return since the new year. These packages can save you in many cases, for example, to prove travel costs individually. In concrete terms, for example, for a degree of disability of 50, a flat rate of 1,140 euros applies, and at a degree of 100 euros it is 2,840 euros. Electronic patient data From now on, all insured persons will be offered electronic medical records for voluntary use. For example, they should be able to store findings, x-rays, and medication plans. In the case of data protection, a somewhat slimmed-down version is planned for the start. Patients can determine what data comes in and which doctor is allowed to see them. However, more detailed accesses, depending on the doctor only for individual documents, will not come until 2022. Mackler-Cawson, whoever buys a property only has to pay a maximum of half of the brokerage costs. Until now, the buyer usually takes over the broker's commission of up to 7% of the purchase price. Personal report, from now on, instead of 28.80 euros, 37.00 euros will be due for a new identity card at least for citizens who are at least 24 years old. After 10 years, you only need a new identity card. Younger applicants whose ID is valid for only 6 years will be charged 22 euros and 80 cents. Life insurance, consumers should now be able to compare life insurance policies better. Since the turn of the year, insurance companies have had to declare the so-called effective costs, according to uniform criteria. This makes it easier for customers to understand how the cost of a contract affects the payment of life insurance. Development, in the West, contributions are due up to 6,700 euros, previously 6,450 euros, in statutory pension and unemployment insurance. The contribution ceiling for statutory health and long-term care insurance rose to 4,837 euros and 50 cents per month. So far, it has been 4,687 euros and 50 cents. F-L-E-I-S-C-H-I-N-D-U-S-T-R-I-E, Contracts for work for workers, especially Eastern European workers in slaughterhouses, are now prohibited. Temporary work should also no longer exist during slaughter and dismantling. Ultra-Skull, Medically Unnecessary Baby Cinema, or Baby Television, i.e. ultrasound in unborn babies in the womb, is now prohibited. Babies should be protected from unnecessary influences. New energy labels for ElectroGert, from March 1, 2021, new EU energy efficiency labels will apply to some electrical appliances. Classifications such as A++ or A++++ are replaced by more distinguishable classifications from A to G for dishwashers, washing machines, refrigerators and freezers, televisions and monitors. At the same time, the requirements for the devices are increasing. Health insurance, with the turn of the year, the change of statutory health insurance has become easier. When changing, the insured person only has to select a new health insurance fund and declare his accession. A written termination of the previous insurance is only necessary if the insured leaves the system of the statutory health insurance, i.e. switches to a private health insurance, or moves abroad. Credit card payments Credit card payments on the internet are becoming more secure, but also a little more complicated. In the future, it will no longer be sufficient to enter the check digit from the back of the card in addition to the credit card number when paying in online shops with Visa, MasterCard and company. From January 15, 2021, payments starting at €250 will have to be released with two independent factors, and from February 15, two-factor authentication will start from €150. The rules will be fully applied from mid-March 2021. I'll see you later. Thanks for listening. I didn't expect adding any updates where I tons of貧ひ zs can, Vielen Dank.